Okay, ein Original-Francosidum, 5.20 Uhr, muss auf den Topf. Und jetzt hatten wir da Dixi-Klos, weil man geht ja nicht im Camper aufs Klo. Die Frage ist, was kommt da raus, wenn man aufs Klo... Nee, da ist nix drin. Also komm, hopp oder drop. Nun, das muss man wirklich sagen, die waren so ungepflegt und vollgeschissen, das konnte man überhaupt nicht ertragen. So, und darüber haben wir uns die ganze Zeit so amüsiert, dass wir Tränen gelacht haben. Nein, komm mal! Oh, good night.